So, da ist noch was. Okay. Hier sind noch zwei Könige. Ach ja. Da hab ich mein Impuls auf den Sack bekommen. Äh, fürs Hausmädchen. Und da ist ein Koch. Oh, den hat er sogar. Stimmt. Hätte ich mein Geld verloren, hätte ich schon mal Geld dafür gehabt. Fünf Dollar. Ja, für ihn gebe ich das noch nicht. So. Ja, schon mal vorher, ich hatte mein ganzes Geld dabei gehabt. Dann wären wir wahrscheinlich aus den 60, 70.000 Dollar dann mal eben schnell. Ähm, tauner tausend. Ja. Zwei Dollar. Oh, das mag ich sogar. Oh, was hat er sogar gemacht? So, und wenn er noch was. Das ist nur jetzt gerade vom Gewehr. Aloha. Äh, von Revolver meine ich. Revolver. Ach hier, von so einem Raddetektiv hat er da auch noch. Okay, und dann für ihn auch noch. Essen und Schuhe. Das sind die, die wir brauchen. Thank you. Warte mal. Smarte wohnen. Da. Auf mehr stellen. Killer. Killer Schlagging. Nee, das war die hier. Killer Schlag. Da krieg ich den Killer Schlagginger. Oh, was ist die Frage? Aloha. Oh, da hat die Polizei Schlagstatt schon da. Wofür ein Produktiv? Was war noch gekommen? Schreckt mir das doch. So, Detektiv. So, was hast du? Detektiv Schlagstapp. Oh, nur den. Ah, da kriegen wir einen Detektiv Schlagstapp mehr. Fangen. Fangen, fangen. Okay. So, dann würde ich sagen... Ja, und dann... Jetzt mal hier hin. Ich muss noch mal eine Revanche kriegen, ne? Wenn ich endlich... Wenn ich endlich etwas auf mir sitzen lassen, ne? Aloha. Ja, gut. Ich wollte auch nichts zurückgesetzt. Ich hab mir meine Kohle verloren. So, dann kommen wir ja immer. Danke! Ich werde dich runterkriegen. Ich werde dich runterkriegen. Ich werde dich schützen. Ich werde dich schützen. Oh, so. Oh, verdammt. Das fängt doch schon viel besser an. Ich werde dich ab. Das fängt doch mal. Ich werde dich überrascht. Ich werde dich nicht beratern. Oh. Ich werde dich auf. Ich werde dich auf. Ich werde dich auf. Ich werde dich auf. Der Kupfer hat diese Werte aus. Ich werde dich auf. Na, erstmal zu sein Essen, zu sein Lappen. So. Da muss der schon mal weg. Das wollte ich gar nicht. So. 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 Schmeckt meine Welten Oh das ist ängstlich so schön Sooo und dann Oh das ist ängstlich so schön So längstens ein Teil und das ist ein Teil Das war's für mich. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, dass ich das Gefühl habe. Heee? Dann können wir die Frage stellen. Ja, bitte. 14.64 plus 48.39 plus 86.97. Wie viele sind? Das ist einfach. Es ist gerade 150. Oh, super! Aber ich habe gesagt, dass ich die Antwort nicht verstanden habe. Ich bin kein Mensch. NAKAJOSH! Und der erstes Bingo! Ja! Wer bist du? Scheißhunde und Kartoffeln. Ja, der Wunsch. So, da haben wir noch ein paar Könige. So, dann speichern wir nochmal. Ich habe halt hier vor dem ersten König gespeichert gehabt. Das wäre immer mehr. Einmal zwei Könige, drei Königkämpfe machen müssen. Ich habe hier noch einen. Ich habe hier noch einen. So. So. Wollt ihr mir einen Taschen stischen? Ich glaub der Doktor war da schwimmer, oder? Ich habe das Wollt ihr mir einen Taschen? Ich habe das Ich habe das Wollt ihr mir einen Taschen? Ich habe das Wollt ihr mir einen Taschen? Ist klar, jetzt unterwärts hin. Ich kann anbieten, das ist ein Blitzverfahren. Obwohl es nicht angezeigt wird, macht der schon Sachen mit, okay. Jetzt gibt es Zorn hier. Oh, Zorn, den Doktor schon mal weg. So, du da, was magst du denn? Okay. That's soft. Can I get your advantage? Wegzu! 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 Oh, du kannst dich nicht befehlen, wie du das machst. Vielleicht macht er jetzt mehr Schaden? Oh, du kannst dich immer nicht bewegen. Alter, dieses Gift wirkt auch mal stärker. Geht's? Man, dann würde ich auch noch mit. Weil du so schön tätowiert bist. Ja, ich hab ihn doch sogar schon, oder? Ich weiß es nicht. Egal. Geht's! Jetzt, lass dich ein Freund! Was ist das? Wunder, 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 was ist das? So, meiner. So. Okay, da müsste mal geheilt werden. Ich meine, hier wäre ja noch was, ne? Ja. Äh, Gegenstände warten wir dann immer da. Haben wir mal das denn, ja. So. Und dann mach ich das mal sicher und Speicher. Stimmt, ich war nicht Speicher. Oh, genau. Na? Wunder, wuhh. Wunder, wuhh. 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 Na, hätte vielleicht doch was retten können. Vielleicht. Hm. Oder auch nicht. Wer weiß. Egal. Wuhh. Wuhh. Dann Tänze hier. Ich komm, du! Das ist doch schon immer eine Verstärkung. Das ist doch schon immer eine Verstärkung. Kannst du so nicht fallen, ne? Alter! Bist du die ganze Zeit aufhören? Ist schon nervig. Bist du Angst? Bist du Angst? Aber er ist so klar. Oh, ich habe ihn! Hier geht's! Ja, das ist schwierig. Was ist das? Endlich mal! Wow! Den! So! Die können auch neue spawnen! Stimmt ja! Ultra nervig! So! So! Hat mich nicht auch schon mal? Ich bin mir sicher! Mach mal den! Das ging bei dem auch beim Meister! Okay, Meister ist einfach auch okay, so. Okay, Meister ist einfach auch okay, so. Was ist das? So! So! Dann hätten wir jetzt hier noch zwei, ne? Hörsebuben! Kann ich mich auch noch mal einkaufen! Aloha! Ananas! Danke! 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 War seine Chance! Hat er echt genutzt. Wo bist du denn? Oh, oh Gott. Hi! Hi! So, sprechen. Aber die Kämpfe werden unschlägt, glaube ich. So, 43. Wurre ich. So, schwarz. So, schwarz. Ich gehe, ich gehe. So, deine Sokut, schwarz. Das ist jetzt zwar nichts, aber okay. Mal nehmen was. Gehen wir mal! Ich werde den Kaza-Hanen abgeben. Das ist super. Oh, was kannst du noch sagen? Kannst du auch nur so eins wissen? Das ist ein Witz. Ja, den könnte er noch. Was soll denn? Oh, was soll? Wie einfach untaf, ey. Ja, lass mich doch mal durch. Oh, er macht was. Was war das denn? Er ist schon mal da. Sehr schön. Oh. Er hat zwar auch wieder keinen von hinten, aber gut. Mühe Also, was den eigenen? Oh, ihr geht weiter. Ich bin halt, ihr schreit. Eine Change. Ich habe mich nicht mehr aufgeführt. Hier hast du deinen Kampfgeist. Jetzt bist du ein Kampfgeist. So, wie geht es? Jetzt ist es auch eine Knie. Ich glaube, es ist eine Knie. Ach, das war das... Das war das selbe Band. Okay, dann habe ich nichts mehr. Wird ihm das geschenkt gefallen? Wahrscheinlich schon, ne? So schon. Rum, rum, ich mach's einfach noch. So, äh, speichern wir nochmal, weil wir haben ja noch einen Kampf für uns. Im Grunde. So. Aber hier wartet nämlich auch noch einer. Oh, da war nicht. Das ist nur das, wie ich spawne. Ich hab' nicht viel in der Sache. Einen Hunten bringt mir noch leider nix. Nein, brauch ich dich nicht. Schade. Äh, gut. Kaufst du nun mal? Machst du das Zeug hier? Äh, Wundermittel? Ja, gut, das war eigentlich schon nicht. 100 Dollar. Ja, gut, ich weiß nicht. Ich habe nur Myrd, die Wundermittel im Kopf angefangen. Es fernscht. Danke. Na, ich kann's nicht mehr so machen. So, what the fuck? Was sind seine Erkpflege-Dinge? Ich bin nicht da, geht weg! Ist auch noch ein König? Stimmt, ich habe auch noch ein König! Stimmt ja! Wof, sagt er ist nicht nur der Wunsch. Schwertig. Stimmt. Es ist der Wunsch. Verbrennendlich. Ich werde jetzt das. Fertig! Das ist ein Wettbewerb. Mansoft. Der Kiel ist auf den Arsch. Ist der Hund nicht weg. Ich bin Tommy. Das ist heute aber irgendwie ein krasser Seilung. Ist der Störker? Jetzt ist er endlich mal vergiftet. Wohl, dreimal hat's. Und jetzt kommt das schon mal ein bisschen aufgeräumt. So, wir machen was auf. Jetzt haben wir's aufgeräumt. Hallo. Hallo, jetzt für die Komfortheil jetzt, hier und die Sachen, hm, ok, ja, wir befestigen uns auf einer Sache, würd ich sagen, ich hab so viele. Oh, danke, äh, da hab ich noch alles, oh, ich hab noch alles, ok, danke schön. Also, ja, Aloha, was wir uns vorstellen, noch mal uns. Dankeschön, wir gehen noch mal. Hier war auch kein Busten mehr, ok, wir müssen mal hier jetzt irgendwie. Hi, 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 hi. Das ist eigentlich schon mal ganz schön, wenn ich hier mir gezeigt hat. Ah, ich kann hier auf das Gebäude durchlaufen. So, wir werden auf der Länge, hier rum. Jetzt haben wir aber auch neu, dass hier eine Patrouille rumläuft. Äh, den, so, zack. Ich hab die Zeit einfach nur verbrauchen. So.